Willkommen auf meinem Kanal, es geht weiter mit Wildflowers und in dieser Folge starten wir in den Sommer durch und werden das Sommerritual vollführen mit dem Trank, den wir hergestellt haben. Ich habe schon mal hinten links den Blumenkohl schon mal geerntet, nun weiß ich nicht, lasse ich die Blumen jetzt dran, weil der Honig wird noch fertig werden. So, ich quatsche jetzt immer mit der Oma, der Tag ist schon ziemlich fortgeschritten, weil ich mich ziemlich verwundert habe. Ist das eine, äh, ein Zwinker, Zwinker? So, ich werde es, äh, beachten, hoffe ich. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, ob wir jemanden finden, ne, der zu mir passt. Hm, ja, die Blumen lasse ich jetzt erstmal dran, Parker ist am, 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 am werkeln, ich weiß nicht, ob ich mit ihm reden soll, ihn unterbrechen soll. Du siehst, wie du in einem guten Mood, Parker. Ich bin. Du schaust einen Mann, der einfach aus dem Iron-Base-Camp-Level auf dem Silber-Ridge-Level auf dem Mountain of Consciousness. Cameron sagte, er würde mir ein Metal machen, sobald er etwas Silber ausmachen könnte. Jetzt, dass die Miene wieder offen ist, sollte er bald an Silber kommen, sollte er bald an Silber kommen. Er kommt nur an Silber, wenn ich ihm welches bringe. Ne? Also, so viel Zeit muss ja sein. Okay, dann schaue ich doch erstmal nach Unkraut. Das ist ja, äh, das A und O überhaupt. Unkraut. Ne, jetzt gucke ich ja mal nach der Katze. Das ist auch das A und O. Ja, meine kleine Katze. Guck mal hier, du. Einmal Köpfchen streicheln. Ja. So. Oder den ganzen Körper streicheln. Und wir haben einen Kaulbarsch bekommen und den können wir doch gleich wieder reinvestieren. Wie schön. Ja, den hast du dir verdient. Der hast du auch hergebracht. Ja, das gefällt dir immer noch. Okay. Dann schauen wir mal. Ich habe gar nicht so viel Unkraut bis jetzt gesehen. Hm. Ah, oh. Jetzt geht's los hier. Das ist diesmal alles auf der Ecke. Okay. Das ist gut. Kann ich mit leben. Solange überhaupt Unkraut da ist, ist alles gut. Jetzt keins mehr da ist. Das wäre schlecht. Oder wenig. Das wäre auch nicht gut, weil wir brauchen noch ganz schön viel Erde. 50 Erde. Ich habe jetzt, öh, 32. Ist schon gar nicht schlecht. Wir sind auf einem guten Weg. Aber es ist halt auch noch ein langer Weg. Bis zu 50. Ich werde gleich mal den Trank auf einen von diesen... Von diesem Komposthaufen rauf machen. Und kriege ich in zwei, ne? So, und hopp. Hm. Schauen. Okay. Hier ist am wachsen, weiß er was? Warum hier gleich? Ach, nee. Ah, ich habe den ja erst... Ich habe ich... Moment mal, Moment mal. Ich dachte, ich hätte den noch. Das ist ja ärgerlich. Ja, ich glaube, noch ein Kasten macht jetzt keinen Sinn, ne? Ich könnte, glaube ich, jetzt noch einmal anbauen, oder? Habe ich noch Unkraut? Ja, aber dafür mache ich jetzt nicht noch einen Kasten. Das muss halt so gehen. Vier Stück ist schon, glaube ich, eine ganz gute Menge. Hm, es fehlt allraune. Na klar, was sonst? So, hier hätte ich eine Tinte gemacht. Ich könnte jetzt... Ich könnte jetzt den Temposchub... Was ist das? Eine Zauberformel, die dafür sorgt, dass Holzsteine, Muscheln und andere kleine Objekte in der Nähe direkt in deine Tasche stellen. Das finde ich doof. Aber das werde ich mir mal herstellen. Und die werden wir gleich mal nutzen. Und an die morgen früh. Morgen früh fange ich damit an. Ab morgen. Aber das soll ja für mehrere Tage halten. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Hm, ansonsten, weißt du was? Wir gehen in die Mine. Habe ich noch was zu essen? Ich glaube nicht. Aber ein bisschen was kann ich ja wegkloppen. Gehen wir in die Mine, versuchen in die Etage tiefer zu kommen. Ich kann ja auch ein bisschen mehr weghauen. Dass wir dann vielleicht an Silber schon rankommen. Ich glaube, ich will jetzt ein bisschen viel, ne? Aber es wäre schon cool. Die nächsten Werkzeuge... Das wäre schon schön. Also es geht anscheinend bis 10. Das heißt, eigentlich müsste die Wahrscheinlichkeit ja höher sein, langsam mal was Angus zu finden. Wenn man das hier bekommt. Ich weiß ja noch nicht, was über der Brücke ist. Da kann ja auch noch was kommen. So, immer schön einarmig. Ne, zweiarmig macht sie doch. Ne, das macht sie doch beidarmig. So, komm. Zack. Oh, Kupfer. Kupfer ist gut. Silber wäre besser. Obwohl, ich muss ja noch, ähm... Na gut, die Gießkanne verbessern. Muss nichts... Wobei, doch, doch. Ich denke mal, das sollte ich wahrscheinlich auch machen. Spätestens wenn ich die Felder habe, muss er das haben. Sonst, äh... Bis ja... Vor allem, ich muss ja immer zurücklaufen zum... Zum Dings, zum Brunnen. Hm, bis jetzt zumindest. Vielleicht kann man auch einen neuen bauen. Das kann ja auch sein. Wäre ja auch schön. So, ach man, ich will einen Schlüssel haben. Ich hätte so gerne einen Schlüssel, wa? Aber so wie es aussieht, sieht schlecht aus. Ah! Nein, es sieht gut aus. Ab in die nächste Etage. Dann sind wir schon fast, äh... Vielleicht geht es ja noch weiter, das weiß ich nicht, aber... Oh, hallo! Was haben wir denn da? Ah, da werden wir wo öfter raufhauen müssen. Okay, entdeckt auf Ebene 9. Was ist denn das? Ist das so ein... Das kann ich doch Dings bringen hier. Ja, ist der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen, ist egal. Ich bring's ihm einfach. Ein Amethyst, ja, sehr gut. Das sind wahrscheinlich immer irgendwelche Edelsteine hier, oder? Ah, es sind auch mal Steine. Okay. Oh nein! Ach man, jetzt, wo es gerade interessant wird. Habe ich noch was? Nee. Ja, nee, so essen kannst du auch nicht. Ah, gut. Aber ich bin schon mal auf der Ebene. Das ist richtig gut. Ja, läuft, würde ich sagen. Es läuft, es läuft, es läuft. Habe ich? Achso. Ja, ich weiß, ich habe keine Kraft mehr. Hm, dann würde ich sagen, ganz schnell mal zum... Ach ja, ich wollte die neue Saison einläuten. Ja, auf jeden Fall. Ab zum Zirkel. Zum Hexenzirkel. Nicht zum Lesezirkel. So. Ich hoffe mal, dass das morgen noch fertig wird. Ich lasse die Blume mal da. Obwohl... Na, ich habe ein bisschen Angst. Ich denke mal, der Fortschritt bleibt jetzt. Nicht mal das kann die. Mann! Mädel, du wirst auch so ein paar Blumen abrupfen können. So, was können wir machen? Machen wir kurz ein Pilz-Risoto. Pfeifen uns den rein. So, komm. Ab geht's. Muss mich ja nur aus Sputen. Weil die nicht zu verkaufen wäre auch wieder. So. Sehr schön. So, ab zum... Zum Hexenzirkel. Jetzt wollte ich gerade Lesezirkel sagen. Mann! Hexenzirkel. 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 So. Nicht verwechseln. Bum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Hm, 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 hm. Ich möchte gerne diese Glocke läuten. Ich bin mal gespannt. Die wird doch bestimmt irgendwann mal geläutet. Das ist ja nicht nur Deko. So, jetzt habe ich gehört. Diese Quests kann man auch löschen. Ach hier, ja, klar. Ja, ja. Dann gibt's schon eine neue. Ich mach das einfach mal. Mal gucken. Was kommt. Ja, meine Mohnblumenkrisse garantiert nicht. So, mal schauen. Ich lösche hier mal alle raus. Mal schauen, was sich da Neues ergibt. So, komm, ich muss mich sputen. Wobei, irgendwann muss ich auch mal rausfinden. Was man und fällt. Um eins ist es nicht. Das haben wir schon mal festgestellt. Sondern muss ich mal ganz genau hingucken. Wenn ich irgendwo alle raune liegt. Übersieht man auch sehr gerne mal. Krass, wie viele Ätnus hier rumliegen. Eigentlich nix mehr. Okay. Dann würde ich sagen, sprechen wir den Zauberspruch. Oder was auch immer wir machen müssen. Die nächste Saison eingeläutet wird. Ja, moin. Ich bin's. Mit der Zauberformel hier, hätte ich mal gesagt. So. Äh, so. Das könnte auch Lina sein. Ach, Mensch. Verdammt. Äh, äh, bin ich... Hab ich alles erledigt? Ich glaub ja. Ja, ich bin bereit. Aber sowas von. Okay. Okay. Und so, we beginn the turning of the seasons. Just as our ancestors have done for thousands of years. Novice. Pour the spirit flame into the fire. We say goodbye to the gentle sun of spring. We welcome the golden dawn of summer. Um, yes, we turn the seasons, like they said. Aber wer ist das? Ah, das werden wir noch rausfinden müssen. Oh, honeybee. You're here. Of course I am, Grandma. For a moment I thought you were Robert, coming to collect me. I-I felt a warm breeze. Yes, we turn the seasons. That's all. Hm-hm. Still a skeptic, I see. But there is still so much you haven't seen. Still so much to learn. And do. Oh, I've done my best to take care of Violet since her mother disappeared. Don't worry. Don't worry. I promise I'll be here for her. I know you will, sweetheart. You're going to do great. I'm proud of you. I'm so glad you came back to see me. Me too. I just wish we had more time. We had time enough. You've learned how to run the farm. I'll take good care of it for you. And I know you can bring the community and the Covenant together. Promise me you'll remember everything I've taught you. I promise. You will be a marvelous witch. I can already see your powers blooming. It's time for me to rest. Take care. My beautiful little honeybee. I love you too, Grandma. Grandma. Goodbye, Grandma Hazel. I'll take up your mantle and protect the town. You can rest now. Today, we say goodbye to one of this town's finest citizens, Hazel Wilde. Kann ich den bitte von der Beerdigung ausschließen? Her dear friend Lena is going to say a few words. Hazel was my mentor. Yes, but she was more than that. She was always giving. Advice. A bowl of soup. A basket of fresh eggs. She never, ever gave up on those she loved. And she loved this island more than anything. And now she's given us Terra. Oh, we are so glad you're here. It means Hazel hasn't really left us. Thanks, Lena. Hello. You're Hazel's granddaughter? I'm Wesley. Wesley? Yes, does it. I've never seen you around before. Oh, I don't live in Fairhaven. Oh, I see. So you came over on the ferry for milk water. Well, thanks for taking the time to come all that way. Ähm, of course. I wanted to come pay my respects. Ähm, der hat krasse Zähne, würde ich sagen. Hazel was a wonderful friend. Oh, ähm, and I, äh, have this for you. Hm? I run a rare bookshop, you see. Hazel had me fix the binding on this old family heirloom. I know she would have wanted you to have it. Oh. Uh, f-thank you so much. Well, I should go. Nice to meet you, Terra. Nice to meet you, too. Wait. That's not the way to the ferry. Ja, der kommt hier garantiert irgendwie anders weg. Okay, ran an den Schuppen, Aufgabe abgeschlossen. Ja, alle sind jetzt ziemlich niedergeschlagen. Die Großmutter, äh, ja, ist verstorben. Und ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass ich daran so ein bisschen schuld bin, weil ich die, ja, Reset gewechselt hab. Okay, ich denke mal, wir werden mal mit jedem reden. Schau, ich bin wirklich sorry, zu hören, über Hazel. Oh, Marie. Oh, Marie. Das klingt nach einem guten Plan. Okay, mit Thomas kann ich nicht reden. Noch nicht. Oh, I just can't believe Hazel's really gone. Since my dad moved away for work, things got lonely. Hazel was there for us. She made me feel like everything was going to be okay. I wish I could have done more to help her. If only we had more time. There's nothing anyone could have done. Don't blame yourself. Take care of yourself. There are people here who will help you. We need to stick together. Thanks. Na komm, red mal mit Bruno. Look, Tara. I'm real sorry about Hazel. She was a special lady. I'll be sure to raise a glass tour at the bar. Auch darüber hätte sie sich wahrscheinlich gefreut. So, reden wir mal mit Shelby. Weil er der Wahrsager ist. Sorry about your grandma. My grandpa's gone too. Well, not gone gone, but he's at Harmony Acres. Er ist nicht tot, er lebt in Harmony Acres, okay. It's this place in Milkwater for old folks who can't remember anymore. Okay. I don't like going that much. I don't blame you. That sounds hard. Yeah, but at least we get to take the ferry over. I love taking the ferry. Okay. Hey. Oh, mit dem will ich nicht reden. My deepest sympathies for the loss of your grandmother. Oh ja, das fühle ich wirklich. Thank you. I don't think she ever voted for me. Oh ja, das ist ein Idiot. But that's not what matters now. Ja ja. You know, you don't have a lot on your mind, but I need to tell you that your grandmother left everything to you. The farm, the house, all of her possessions are yours now. She dead? Thanks for letting me know. I know you're still processing these sorrowful events, but I fervently hope that you will decide to stay. Hmm. Hazel was ready. She knew it was her time. But it's still all right to be upset and to mourn her. You deserve that space for yourself. I am so sorry about your grandma. She used to joke. I would have to fry her secret cookie recipe from her cold, dead hands. Oh ja. But I thought that's just Hazel being Hazel. You know? Ugh. It's okay. I'm fine, really. You're being so brave. She would have been very proud. Thanks. Hey, this might be like weird or whatever, but Julia and I, we're part of a grief group. It's for kids, but you can come if you want. I don't think anyone would care. Jo, das ist sehr nett. Gucken, ob das in Anspruch nehmen können. Sorry about your grandma. My dad said, those we've lost never really leave us. I don't think it's true, though. He feels pretty gone to me. Um, my mom told me about your grandma. I'm sorry. You must be really sad, huh? Yes, but I'll be okay. Hey, I have an idea to cheer you up. Wanna come help me and Emmy pull a prank on Messenger Cameron later? We're gonna superglue all of his books of the mind to the chairs. Thanks, but no thanks. I think I'll sit this one out. That's too bad. Promise not to tell on us? You must. Oh, don't worry. This conversation never happened. So, ja, kann ich jetzt noch mit Thomas sprechen? Ich müsste ja eigentlich... Oh, hier stehen ja noch... Ah, hier stehen ja noch viel mehr, Leute. Okay. I'm grateful that Hazel was still her same fiery self right until the end. My father isn't so fortunate. Oh, Tara, I'm so sorry. How stupid of me. I can't imagine how you must feel. It's okay. I'll miss her. She was a wonderful mentor and a steadfast friend. I know, what it's like to lose someone who you are close to. A kind word would have meant a great deal to me then. You have my sympathies. Thanks, Vanessa. Ah, hier nehme ich das ab. Aber die Autosoft nicht. Hi. I've been meaning to stop by, but I didn't want to intrude. Oh, my heart goes out to you. So, Hazel was a truly decent person. Strong, too. I see a lot of her in you. Thanks. Made you something? Of course, I'm not much of a cook, but I can keep a fire lit under a pot at least. Oh, so, schon nicht schlecht. So, ähm, ja, mit Angus nochmal reden. Hazel was a special lady and one heck of a good baker. Oh, I'm gonna miss her. She would have wanted me to make sure that you're well fed, so... Jetzt krieg ich vorhin überall was zu essen. Ja, sehr nett. Oh, Maisbrot. Na, die geb ich doch, Thomas. So, dann ist jetzt keiner mehr. Ah, Parker. My own grandma helped raise me while my parents were working nightshifts in the city. I miss her every day. My heart goes out to you. Thank you. And sorry about your grandma. Cameron says, we just have to work to live up to their hopes for us. I'll try. Bye. Ich weiß gar nicht. Na, dieses Grab kann ja vorher nicht dagewesen sein, ne? Die Schrift lesen kann man nicht. Hätten jemand den Hinweis bekommen, hier generell mal vorbeizukommen. Das werden wir wohl jetzt öfter mal machen. So. Thomas jetzt. Ich kann mit Thomas nicht reden. Komisch. Das ist merkwürdig. Ähm. Haben wir denn sonst noch jemanden hier? Ach, guck mal. Der Cameron steht hier noch. In Zeiten der Verlust, es könnte es sehr komisch sein, in der Schreie zu verlassen. Aber ich glaube nicht, dass das, was deine Großmutter für dich für dich wollte. Ich glaube nicht, dass ich das sage. Aber das ist ein wirklich guter Punkt. Kommt bei dem Bewusstseinszentrum. Wir sind hier, um Hilfe zu helfen. I didn't really know Hazel, but I can tell from the way people speak about her, that she was special. Thanks. She was. Have you had anything to eat today? Would you like something to take home? Jetzt werde ich überversorgt. Äh, ja, wäre sehr aufmerksam. Das war mal Rindfleisch, jo. I only knew your Abuela a short while. But she was a lovely person. I'm so sorry. Thanks. Look, honey, if you have an heirloom, you want me to adjust for you, I'm happy to do it. Free of charge. Okay, ja, das ist ein... Oh, süß, ich spielte immer Gitarre. Na gut, ich hoffe, wir haben jetzt... Wir können wieder Handel treiben, okay. Ähm... Da muss ich jetzt ja sowieso gucken, was ich anbaue. Jetzt sind natürlich alle nur angeschlagen. Mais, ähm... Erdbeeren. Äh, brauchen fünf Tage. Das braucht wahrscheinlich wesentlich länger. Naja, das ist eigentlich ein Tag länger. Tomaten. Ich jetzt von jedem Ei mit. Oder von jedem zwei. Hopfen. Ah, oh. Ähm... Nehme ich einmal mit. Ich habe so viel... Zuckerrohrsamen. Okay, schauen wir, was wir anbauen können. Hm. Ja, das war's auch. Erstmal verkaufen möchte ich nichts. Habe ich auch nichts, ne? Ja gut, das könnte ich verkaufen, aber das möchte ich lieber dann zum Kochen nehmen. Achso, ich wollte mal gucken. Hier kann ich doch auch Mehl kaufen, ne? Ähm... Ja, Mehl. Kostet 15. Okay. Hat... Hat Bruno gerade auf? Nee, schade. Also, da müssen wir ja mal gucken, wenn man jetzt irgendwie bei ihr Mehl kauft. Ich nehm's mal mit. Und dann werde ich mal angeln. Dann mache ich doch einen größeren Gewinn, wenn ich dann die Fischstäbchen verkaufe. Ähm... Jetzt will ich nochmal versuchen, mit Thomas zu reden. Das ging die ganze Zeit nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Und das ist auch schon weg. Okay. Ich glaube, den Wesley hinterher brauchen wir nicht. Der wird jetzt schon irgendwo weg sein. Da bin ich mal gespannt, was der... Da wäre noch dieses Buch. Haben wir das hier irgendwo drin, ne? Ja, ich sehe keins. Nee. Schade. Sehr schade. Ach, Blumen hätte ich noch kaufen sollen. Ja, Moment. Die kriege ich dann ja mal woanders. Die kriege ich dann ja bei... Oh, Violet? Nee. Werden die Blumen laden nochmal. Violet, ne? Hm, wo ist denn der eigentlich nochmal? Ist der oben? Der vergesst, wo der Blumen laden ist. Hier kommt ja noch die Bar hinterher ran. Ist der Metzger? Dann hat sie dann oben. Glaube ich. Warte mal, warte mal, warte mal. Du hast gerade auf. Ähm. Die kosten ja auch nichts. Okay. Ja, ich würde sagen... Wir machen ein paar Fischstäbchen. Ja, doch, Violet. Siehste, guck. Kann ich bei dir doch bestimmt... Saaten kaufen. Hm, ja. Ringelblumen, Samen und Sonnenblumen. Wird sechs Tage. Ist halt die Frage... Ja gut, die werden mehr Geld bringen. Kaufe ich zweimal. Und dir kann ich doch eigentlich mal die Tulpen verkaufen. Boah, ist ganz gut. Ich hoffe, ich brauche sie nicht. Wunderbar. Dann gehen wir ab nach Hause. Ne. Ne, mit dir rede ich nicht. Mit dir rede ich garantiert nicht heute. Okay. Ja, das ist so ein bisschen... Irgendwie tut es mir so ein bisschen leid, weil dadurch, dass ich jetzt den Sommer eingeläutet habe... Ja, okay, hau weg. Den Sommer eingeläutet habe... Ja, habe ich denn auch... Ja, was heißt das Schicksal der Oma beschlossen? Kann man ja gar nicht sagen. Ihre Tage waren ja... Eh, gezählt halt eben, aber... Wäre ich jetzt weiter im Frühling geblieben? Wäre sie noch da? Ja, aber wir wären nie vorangekommen. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Achso, meine Werkstatt ist ja fertig. Da kann ich auch gleich mal gucken. Stimmt ja. Dann machen wir natürlich schön... ...schöne Blumenerde, beziehungsweise schöne... ...ja, Pflanzenerde. Bauen wir irgendwas an. Das Dumme ist halt, je nachdem, was ich jetzt anbauche, wenn ich Pech habe... ...baue ich jetzt irgendwas an und dann kommt der... Oh. Oh. Finally, ein Moment für mich selbst. Jetzt kann ich mir das Buch, das, ähm, das Mann... ...Wesley, mir gab. Huh. Es sieht aus einem Journal. Das Journal des Grandma. Auf der Frontflap, es sagt... ...'A meine liebliche Liege, ...'Aber zu recordieren, sowohl mundanisch und magisch. Vivian. Vivian war Grandma's aunt. Sie muss auch eine Witch gewesen sein. Hier ist die erste Entdeckung. Heute hat mich durch das Portal gebracht, ...dann ich mit den Feen gesprochen habe. Feen? Hat sie Feen geschrieben? Vielleicht habe ich das Schreiben nicht gelesen. Oder vielleicht gibt es noch mehr, ...zudem auf dieser Isle, als ich dachte. Also das glaube ich auf jeden Fall, ...dass sie noch mehr zu entdecken gibt. Auf... ...was auf, dass der Sommer komme. Aufgabe abgeschlossen, als Belohnung erhältst du... ...ja, hm. Als Belohnung erhält ich gerne die Oma wieder zurück. Energie erhöhen. Das ist das natürlich schlecht. Eine Zauberformel, die deine Energie lässt. Dauer... ...ei, cool. Dauerhaft verlängert. ...dauerhaft erhält ich meinen Körper stark. ...dauer wachst du mich und schau mich stark. Okay. Ach, der wird sofort angewandt. Neue Blastpause. Ach okay, die kannst... ...ja, ich habe jetzt mehr Energie oder was? Okay. Krass. Ja, das wurde sofort angewandt. Das ist natürlich sehr gut. Ja, doof ist halt, dass die Oma tot ist, aber... ...ja, aber gut. Krass, eine Menge Erde. Wie viel Erde haben wir jetzt? 38. Können gleich wieder was anbauen. Äh, ja, Unkraut, das weiß ich. Gut, dann müssen hier die Blumen hin. Nein, nicht der Honig. Ähm, genau. Okay. Nein, auswählen, ja. Okay, dann machen wir da Mais hin. Da machen wir... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Mais brauchen. Ähm, dann pflanzen wir da nochmal leckere Erdbeeren. Ähm, machen wir Zucker hin. Einfach mal eine bunte Mischung hier. Hopfen. Ne, machen wir Tomaten erstmal. So. Ja, und jetzt wieder gießen, ne? Ja, Shelby hat sich ja verraten. Also, dass... ...weil er der Oma erzählt hat, dass ich kommen würde. Und er das wusste. Somit ist eigentlich klar, dass er der... ...der Wahrsager ist. Ja, lauf einmal rum, okay. Naja. Ja. Ist natürlich schön, dass wir jetzt im Sommer sind, aber es ist natürlich schade, dass die Oma von uns gegangen ist. Was natürlich nicht vermeidbar war und eigentlich ja klar war. Ähm. Aber in unseren Erinnerungen lebt es ja halt weiter. So wie das ja immer ist. Mit, ja, lieben Menschen, wenn die von uns gehen. Äh. Wir erinnern uns immer wieder an die. Und ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen das, was ich als ewiges Leben bezeichnen würde. Solange noch immer jemand da ist, der sich an dich erinnert, lebst du irgendwie weiter. Auch wenn du nicht mehr da bist, aber... In den Gedanken der Menschen auf jeden Fall. Wir haben Post bekommen. Diese Post werden wir aber erst in der nächsten Folge öffnen. Wir werden in die Werkstatt reingucken. Ja, jetzt geht es, glaube ich, erst so richtig los. Äh. Wir haben das Erbe angetreten und werden es... Ähm. Auf jeden Fall weiterführen. Und hoffentlich auch, äh, zu Ehren der Oma. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.